Also für Digital bin ich extrem optimistisch. Diana, du weißt, wenn du die Leute über Politik aufklärst, dann musst du halt viel sensibler sein, mit welchen Markenkartnern du arbeitest. Deswegen sind wir eigentlich, würde ich sagen, eine unschlagbare Front. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.